Oh Kohle! Wo bin ich mit? Kohle! Ok, Lava. Ah, die letzte Schicht aber, das heißt theoretisch. Alter, war das schnell grad da. WTF. Ok, dann müssen wir mal ein bisschen Wasser hier reinholen. Aber dann kann ich mich ja theoretisch hier herstellen. Das macht er ja nicht, dann stell ich mich jetzt einfach hier her und dann tun wir uns diese Kram. Ja, worum geht's heute? Und zwar, ihr alle kennt's ja, das ist jetzt kein Thema, was Neues oder so. Aber es beschäftigt mich mittlerweile eigentlich immer mehr. Und es ist eigentlich mega krass, was da abgeht. Und zwar geht es um unsere Freunde. Oh, das ist natürlich nicht unpraktisch. Es geht natürlich um unsere Freunde aus der IS, dem islamischen Staat, wenn das nicht sagt sonst. Und, Alter, was ich da heute schon wieder gesehen habe, in der Zeitung dieses Bild, wo, ähm, das ist jetzt irgendwie unpraktisch dagegen. Dieses Bild, wo einfach, ähm, die ganze Stadt da komplett zerbombt ist. Und diese Leute da versuchen wieder in ihre Stadt zu reinzugehen. Die versuchen das wieder aufzubauen, nachdem sie es von der IS zurückgekriegt haben und so. Alter, es war wieder so krass. Und ich denke, einfach immer noch... Und ich denke einfach immer noch, wenn ich sowas sehe, wie kann es bitte eigentlich sein, dass sowas toleriert wird? Ich meine, wie kann es sein, dass so... Oh, das ist ja auch sowas. Nein, 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 nein. Oh, bitte, hab überlebt. Ja. Oh, ein Glück. Ich dachte grad schon. Das Ende. Ich dachte, das Ende. Okay. Kannst du mal hier schon mal so weit? Dann kann ich hier eigentlich abbauen, oder? Ohne, dass das passiert. Ich hoffe es zumindest. Bö, ist auch noch was. Okay. Ja, wenn ich sowas sehe, also ganz ehrlich... Es ist so katastrophal. Ich verstehe nicht, wie man sowas tolerieren kann. Wie man da sagen kann, ja, wir machen da nichts. Wir schlagen da Profit draus, indem wir Waffen verkaufen. Da drüben. Und lassen die sich ruhig ein bisschen gegenseitig noch umbringen und was weiß ich nicht. Hallo? Ich verstehe es nicht. Ich meine, wie kann man, wie kann man denn... Wie kann man denn mit der Tatsache leben, ja, ich lass da drüben hunderttausende Menschen sterben. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen betrieben. Ich weiß nicht, die genauen Zahlen kenne ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt auch nichts behaupten, oder nicht behaupten, oder... Was ist das? Da ist ein bisschen mehr dabei, so wie es aussieht. Die genauen Zahlen kenne ich nicht. Ich weiß es nicht. Darum kann ich da jetzt nicht so genau was zu sagen. Aber ganz ehrlich, weißt du, wenn ich mir das so anhöre, ja, die USA, die sind da und versuchen da einen Tag Waffenstillstand auszuhandeln und Deutschland und bla und alles dafür... Ey, es ist doch so sinnlos, ey, ganz ehrlich. Die Leute, diese Leute, die sind... Ich meine, klar sollte man immer für die friedliche Lösung sein, aber diese Leute, die sind einfach im Kopf komplett bekloppt. Es ist einfach so. Das hat doch nichts mehr mit irgendeiner Religion zu tun. Die Leute sind... Die sind... Die machen im Endeffekt nichts anderes wie Hitler. Wenn man es genau nimmt, die machen da drüben nichts anderes wie Hitler. Die tun alles, was nicht so ist wie sie, komplett ausradieren. Und ich verstehe nicht, wie man sowas... Wie man sowas akzeptieren kann. Ich raff's einfach nicht. Ich komm da nicht... Komm da nicht mit. Tut mir leid. Also da komm ich irgendwie... Das ist mir zu hoch. Ich glaube, es reicht uns hier erstmal. Da standen wir heute wieder... Alter... Dieses hässliche Wasser. So. Da schreibt mir heute echt wieder... Das Wasser bis... Bis... Bis zur Hose. Genau wie hier. So schreibt mir das Wasser. Ne, also das war... Ich... Ich... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht... Ich hab da jetzt auch gar keine Richtlinie... Was ich dazu sagen soll. Ich verstehe einfach nur nicht, wie man... Als... So mächtiger Mann... Ich meine, das ist... Irgendwie in einer gewissen Position... Ist ja... So... Ein... Bundeslandchef... Obama... Halt... Bundeslandchef... Ist ja so ein Typ wie Obama... Nichts Besonderes... Hallo, ich würde gerne... Auch irgendwo... Eine Person... Die mit Vorbild vorangehen soll... Und... Alter, was ist denn das für ein Vorbild... Wenn ich... Ach... Hier habe ich zugemacht... Jetzt erklär mir mal bitte... Die Vorbildfunktion... Wenn ich... Als Präsident sage... Ja... Wir können... Ja gut... Ich meine... Es ist... Wenn man es anders betrachtet... Es ist... Es ist irgendwie schwierig... Ich habe gerade nochmal... Also ich kam gerade zum Gedanke... Klar Mann... Ich habe jetzt gerade gesagt... Das ist Vorbildfun... Es ist... Schwierig... Ich meine... Einerseits... Der eine Teil in mir sagt... Vernichte sie einfach... Machst sie einfach Platz... Weißt du... Und... Was ist das eigentlich? Schwierigkeit dieser Welt... Bist du sicher... Dass du Schwierigkeit dieser Welt... Vergesehen möchtest... Wenn du dies... Immer auf Normal setzt... Und du wirst... Nein... Nein... Das will ich nicht... Ich mag es zwischendurch... Auf... Dings zu schalten... Und dann bei... Ihr wisst schon... Wegen den Creepern und so... Ähm... Es ist... Hä? Ich verstehe nicht ganz genau, ob die Spinne mich nicht fokussiert hat... Ist mir aber auch relativ egal... Ähm... Ich habe gerade gesagt... Das ist natürlich scheiße von denen... Einerseits klar... Weil genau diese mächtigen Länder... Wie Obama und so... Die... Weißen sie ständig sowas... Und gerade die sind halt... Wenn sie sich schon einmischen... Dann können sie doch wirklich mal dafür sorgen... Dass da drüben... Funkstille ist... Andererseits... Das ist mir gerade halt eingefallen... Es klingt doof... Aber... Es ist natürlich auch... Das Problem... Ich glaube ich weiß... Warum die nicht sofort eingreifen... Wenn man da eingreift... Dann... Muss man das halt doch mit Truppengewalt tun... Irgendwie... Also... Anscheinend... Anders raffen die sie ja nicht... Dann müsste man das halt doch schon mit Truppengewalt tun... Das Problem ist glaube ich... Dass wenn man das mit Truppengewalt tun würde... Dass dann natürlich die eigenen Leute... Dann wieder eigene Menschen... Aufs Leben gesetzt werden... Eigene... Ähm... Eigene... Soldaten... Menschen halt wieder... Äh... Ihr Leben riskieren müssen dafür... Dass andere Menschen überleben... Das ist an sich natürlich... Eine super noble Idee... Und da ist auch nichts gegen einzuwenden... Aber... Man kann natürlich auch nicht einfach sagen... Hier du gehst jetzt dahin... Und stirbst dafür... Dass die Menschen da überleben... Das ist... Das ist... Das ist falsch... Das ist... Ah... Das ist ein schwieriges Thema... Das ist... Am liebsten... Keine Ahnung... Ein Spionen schickt man alle vergiften... Oder? Irgend so was... Ich... Weiß es nicht... Normalerweise würde ich jetzt auch sagen... Es liegt nicht an... Es liegt nicht... An allen... Aus dem IS... Es gibt da ja natürlich Leute... Die verblendet sind oder so... Aber ganz ehrlich... Wie verblendet... Wie verblendet... Kann man sein... Wenn man sowas mitmacht... Was da gesehen ist... Die Gute... Ich kann mir natürlich vorstellen... Dass es einige natürlich gibt... Wie zum Beispiel dieses Thema mit den jungen Frauen... Die da angeworben werden... Die da vielleicht angeworben werden... Und dann wenn sie da sind... Erfahren sie wie es wirklich ist... Wir haben verheiratet... Und wir erfahren dann wie es wirklich ist... Und ich glaube nicht... Dass das angenehm für die ist... Kann ich mir im wahrsten Sinne... Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen... Dass die da irgendwie angenehm behandelt werden... Das sind wahrscheinlich einfach nur so... Blöde gesagt... Kinder-Gewehrmaschinen da drüben... Anders kann ich es mir nicht vorstellen... Also... Ne... Kann ich nicht... Nö... Kann ich nicht... Äh... Klar gibt es aber... Die meisten... Die da wirklich mitmachen... Als wenn ich solche Videos sehe... Einfach... Ganz ehrlich... Die gehören erschossen... Die gehören einfach nur erschossen... Oder Schlimmeres... Also... Da... Ich bin eigentlich kein Freund der Todesstrafe... Aber... Ohne Spaß... Solche Leute gehören einfach nur erschossen... Nicht mal... Nicht mal erschossen... Es ist irgendwas Schlimmeres... Erschossen reicht gar nicht für das... Was die da drüben machen... Dieser... Dieser Journalist... Dieser... Was... Das haben bestimmt... Einige von euch... Der Journalist... Der da drüben bei lebendigem Leibe... Verbrannt wurde... Und das wurde ins Video gestellt... Also ganz ehrlich... Wenn der Typ gefasst wird... Der das gemacht hat... Der den Typen da angezündet hat... Wenn der Typ gefasst wird... Boah... Ich hoffe... Der wird von irgendeiner Gruppe gefasst... Die... Die ihm was richtig... Richtig Schlimmes anhut... Ich weiß nicht... Ist mir... Ist mir egal... Was für eine Gruppe... Hauptsache nicht von der Polizei... Oder irgendwie vor das Gericht... Also der Typ... Ich hoffe... Von irgendeiner... Extrem Gruppe... Die... Da und... Tot... Schrecklich... Ich will es nicht weiter aussprechen... Das... Äh... Ja... Das... War... Gerade... Alter... Es ging mir gerade durch Mark und Bein... Ähm... Wo bin ich hier? Sind meine Gänge... Aber... Wo? Aha... Aha... Ich glaube ich muss in die Richtung... Ja... Ich muss in die... Okay... Nehmen wir mal das ja noch schnell mit... Und... Ich setze hier meine Fackel hin... Was ist hier? Hier... Hier war anscheinend irgendwas... Was ich nicht zugegraben habe danach... Weil ich es nicht mal sehen wollte... Ich konnte es nicht mehr ertragen... Also... Und... Ich weiß... Ich meine... Ähm... Ich... Ich weiß nicht... Ich kann einfach nicht... Wie gesagt... Der eine Teil mir schreit... Vernichtet sie einfach alle... Der andere Teil mir... Appelliert dann doch leider zur Vernunft... Aber der ist... Heute irgendwie... Sehr schwach... Der ist irgendwie... Heute... Den sperre ich ganz weit hinten ein heute... Irgendwie... Ich... Bin... Als ich dieses Dorf da gesehen habe... Was da einfach vollkommen runtergebrannt wurde... Nicht mehr... Nee... Das war eine Stadt... Erstens war es die Stadt... Und zweitens wurde die nicht runtergebrannt... Sondern die war einfach nur komplett zerstört... Und dann diese Leute... Die da versuchen wieder reinzugehen in die Stadt... Und das alles wieder aufbauen wollen... Und eigentlich da nichts mehr haben... Kein Strom... Kein Wasser... Gar nichts mehr... Und ganz ehrlich... Ganz ehrlich... Meine Meinung... Wenn das da unten sich weiter zuspitzt... Äh... Unten ist eigentlich drüben... Wenn das da drüben sich weiter zuspitzt... Wenn das steil geht... Wenn da niemand was unternimmt... Dann bin ich der Meinung... Dann kann das drüben wirklich... Bald vom dritten Weltkrieg ausgegangen werden... Ich kann es jetzt auch übertreiben... Ich weiß nicht... Vielleicht übertreibe ich es einfach... Und das ist gar nicht so schlimm wie ich sage... Nein... Das heißt es ist nicht so schlimm... Dazu werden wir Menschen umgebracht... Grundlos... Natürlich ist das schlimm... Ähm... Vielleicht übertreibe ich mir den Gedanken... Eines Krieges... Aber... Ganz ehrlich... Was da... Wenn die einen schon nach Krieg schreien... Und da ist schon... Die lassen sich nichts mehr gefallen... Diese Anschläge auf den Journalismus... Allgemein... Und die Wahrheit dazu vertuschtet irgendwie... Um zu zeigen... Wir sind die einzig Swann und so... Alter... Es ist so krass... Es ist einfach... Wie kann man so kaputt im Kopf sein... Ich weiß es nicht... Was muss schief gelaufen sein... Dass man sich so krass... Ich weiß nicht... Das ist... Es geht nicht in meinen Kopf rein... Ich kann es nicht sagen... Das ist Lama übrigens... Hab ich gerade gesehen... Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein... Ich... Versuche es... Ich versuche es irgendwie in meinen Kopf zu bekommen... Aber... Okay... Es ist für mich auf gewisse Art und Weise... Es ist einfach unbegreiflich... Was diese Menschen da drüben treiben... Ist auch... Überall Lama kann das sein... Ich... Ich weiß nicht... Es krieg es einfach nicht in meinen Kopf rein... Was diese Menschen da drüben treiben... Und... Was... Ich meine... Ich meine... Klar... Die... Okay... Sie... Sie... Sie tun das... Um ihren Glauben... Zu festigen... Äh... Um... Ja... Um zu sagen... Okay... Ich tue das für meinen Gott... Aber... Ich kenne mich jetzt... Ich kenne mich ja nicht mal mit dem Christentum richtig aus... Als das Gott angeht... Aber... Es kann doch... Unmöglich... In der ihrem Gottglauben stehen... Nicht mal ansatzweise... Kann das irgendwie... In der ihrem Gottglauben stehen... Töte andere Menschen nicht so denken wie ich... Also... Sowas... Das kann doch... Unmöglich... Auch nur entfernt irgendwie interpretiert werden... Da drinnen zu stehen... Und ich verstehe es nicht... Sagen wir mal selbst... Wenn einer sich das sagt... Okay... Ja... Das könnte man auch so oder so interpretieren... Deswegen... Bring ich den und den jetzt um... Selbst wenn das einer sagt... Wie... Wie... Kann... Eine ganze... Gruppe... Eine riesen Gesellschaft... So verblindet sein... Und zu sagen... Ja... Doch... Der hat Recht... Unsere... Unser... Ich glaube... Da drüben ist es der Koran... Ich möchte das echt nicht falsch erzählen... Unser Koran gebietet uns... Ja... Wir dürfen das... Für... Oh... Ja... Für das Wohl unseres Gottes... Hier haben wir unsere Kohle... Für das Wohl unseres Gottes ist es erlaubt... Alle anderen, die anders denken... Umzubringen... Das kann doch unmöglich... Also... Ich... Es erinnert mich wirklich einfach zu krass an Hitler... An Diktatur... Und den ganzen... Ich hab's nicht miterlebt... Ich kann's nicht sagen... Ich... Weiß es nur aus Geschichten... Genau wie du wahrscheinlich auch da jetzt hier zuschaut... Aber es erinnert mich einfach zu krass daran... Einfach was... Damals passiert es genauso was ähnliches passiert gerade da drüben... Bloß dass es bei... Hm... Ah... Okay... Bloß dass es bei Hitler halt damals nicht auf ähm... Religion ausgelegt war... Sondern auf... Ihn halt... Also er war in dem Moment der Gott... Die legen halt... Die machen's halt für ihren Gott... Aber... Es ist dasselbe... Es ist einfach dasselbe... Und ich... Boah... Ich... Weiß es nicht... Ich würde jetzt nicht das ganze... Let's Play darüber reden... Deswegen sagen wir jetzt einfach mal... Wir beenden das Thema... Wenn du Kommentare... Wenn du Meinungen dazu hast... Dann schreibst du einfach mal in die Kommentare... Wirklich interessieren... Was du dazu sagst... Was... Wäre deiner Meinung nach... Die sinnvollste... Methode... Ist es vielleicht wirklich sinnvoll... Mit dem Versuch... Mit diesen Leuten zu versuchen... Ein Waffenstellen auszuhandeln... Oder... Meinst auch du... Meinst du vielleicht... Es gibt auch... Es gibt einfach keine Möglichkeit mehr... Diese Leute sind einfach zu verblendet für sowas... Das würde mich wirklich interessieren... Schreib's da mal in die Kommentare rein... Und... Ähm... Ja... Woah... Alter... Die Hacke... Die Hacke... Die Hacke... Die Hacke...